Jäger Bodenbeschichtungen. Für jede Belastung die passende Beschichtung. So kommen Sie zum perfekten Ergebnis. Im ersten Schritt prüft man den Untergrund von mineralisch gebundenen Böden oder Altanstriche. In diesen Videos werden die Prüfverfahren erklärt. Im zweiten Schritt wird der Boden zur Bearbeitung vorbereitet. Auch hier haben wir ein passendes Erklärvideo. Nun können Sie mit den Jäger Bodenbeschichtungen starten. Damit Sie für jede Belastung die passende Beschichtung finden, haben wir unsere Produkte in einem Video zusammengefasst. Unser Spezial über Garagenbeschichtungen zeigt Ihnen die Tipps und Tricks zu diesem Thema. Starten Sie jetzt mit den Jäger Bodenbeschichtungen. Für jede Belastung die passende Beschichtung.